Es gibt kein herzlich willkommen heute. So ihr Lieben, dann herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich stelle mir jetzt gleich Annie und Wilmchen. Und dann gehen wir auf den Platz, wa? So, stopp. Warte, warte, warte. So, die kommt gleich dran. So, dann starten wir mal mit Annie. Hallo. So, Annie und Wilmchen. Aber da ist ein Strick fehlt hier. Hat die Nadine schon wieder versteckt. Den Strick versteckt. Wohin? An die Box. An welche? Weiß er nicht. Ist das lang genug? Ist ein bisschen kurz, ne? Aber dehnbar. Das stimmt, vielleicht finden wir den Strick ja auf dem Weg irgendwo. So. So. Dann machen wir die Annie fertig. Aber machen wir mal die Annie fertig. Weiß nicht, was so schön wieder vor ist. Aber hier wird nie ausgebrochen. Wilmchen. So. Hammer. Ui, wer hat jetzt gepupst? Wer von euch beiden war das? Hör mal. Ja. Ja. Komm, Wilma. tipp 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 kleines dickes weißes pony hast du deine auswahl jetzt gleich zusammen ein bisschen neuer bis die ziel auch mal was von allem wo hast du schön hier in der sonne wird es noch mal kalt oder bleibt das jetzt ein bisschen hundertmal schon dran vorbei da ist mit sicherheit nichts neues ja wenn dies marschwerpflegung ein bisschen arg viel oder das müsste sein ich will mal abkomm ich bin hier immer ab ja kann man auch immer ja kann auch will man kann jetzt ab immer noch ja sinnlosen ponys da hinten ja du auch noch rein? willst du ein Foto machen? tup tup Untertitelung. BR 2018 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 So, viel Spaß mit dem Video. Denkt dran, abonnieren, folgen, teilen, kommentieren. Und später dann den Link unter das Foto setzen. So, ihr seid zu trollig. Ihr seid zu trollig. Ihr seid zu trollig, ihr zwei. Ne? Da? Oho. Fein. Das ist krass, was die für einen Job macht, ne? Obwohl sie da mit dem Pony so vorsichtig dann ist. Achso, hatte ich dir gesagt, dass ich das unter dem Bauch ziehe, das in der fertigen Liga ist nicht das, ne? Ja? Ja? Ah. Ja, dann kommt doch rein. Okay. Brut. Anni. Anni. So, einmal zurück. Nein, nein, nein. Psst. Hör mal stehen. Wo willst denn du hin? Mann. 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 Ich muss da stehen bleiben jetzt. Es ist keine Lust, das mit in die Doppelkammer zu nehmen. Warte, Anni. Ja. Warte. Tipp, 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 tipp. Mann, da kommt rein. So, jetzt machen wir die Gamaschen runter und dann schauen wir auf die nächsten Pferde. Ich hätte richtig Lust gerade Fohlen und so auf dem Platz laufen zu lassen.